Hallihallo, Hallöchen, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Ich laufe mit euch heute mal durch den Markt von vorn nach hinten. Wir haben nämlich jede Menge Neues bekommen. Und zwar eine riesengroße XXL-Salzmühle. Immer wieder befüllbar mit 1,99. Dann haben wir noch da unsere Hallo-Schokolade-Vegan-Cookie-Duff. Zwei Tafeln, ein Euro. Neu gekommen sind wieder, guck mal, ich strieße mal so rum, unsere Schokoladen. Die sind so einzeln verpackt mit fünf Tafeln, zwei Euro. Jede Menge Lind. Guck mal, so ein paar Paletten Lind stehen hier. Ein paar tausend Beutel, 750 Gramm. Das Ganze mit 3,99. Dann haben wir BVB-Kekse, 99 Cent bekommen. Dann haben wir hier drüben, guck mal, ein bisschen was Herzhaftes. Aus der Landschlachterei Fallbusch. Guck mal, Hammerstiele. Yachtwurst, alles da. Dann haben wir gekriegt. Hello, hello, hello. Sind mit 2,29 Euro alle ausgezeichnet und kosten bei uns 69 Cent. Und wir haben ein paar, da sind ein paar drauf. 4.000 Tafeln. Das Ganze haben wir auch in 150 Gramm. In den richtig leckeren Sorten. Guck mal, die kosten 99 Cent. Sind alle mit 2,99 ausgezeichnet. Boah, da gibt es so leckere Sorten. Hammer. Viele, viele Sorten. Viel, viel Garten. Dann noch ein bisschen was Gesundes. Guck mal, so Sesam Sportriegel. Drei, Vierer Pack. Hier Haselnuss gibt es auch noch. Für einen Euro. Übrigens, all die ganze Ware. Alles haltbar bis Monat 10 oder Ende des Jahres. Und so geht es weiter. Original Baileys. Popcorn. 2 Euro. Schöne, leckere. Guck mal. Alles lecker, lecker vom Discounter. 2 Teile. 1,11 Euro. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, vorbei zu schauen. Wir haben so viele neue Sachen. Guck mal da drüben. Milka, bis da abkommt. Smarties haben wir. Guck mal hier. Oh, auch ein cooler Artikel. XXL Lolli. Für 1,99 Euro. Und so geht das weiter. Wir haben Ware ohne Ende. Cola ohne Ende. Freunde, ich kann euch nur eins sagen. Vorbeischauen. Bis später. Tschö, euer Alex.